Verbot für RT-Sender in Deutschland Großer Irrtum der Pressevielfalt Am 2. Februar 2020 wurde dem russischen Auslandssender Russia Today das Senden seines Programms in Deutschland durch die deutsche Medienaufsicht ZRK verboten. Die Reaktion Russlands folgte nur einen Tag später mit einem Sendeverbot der deutschen Welle in Russland, was nun eine hitzige Debatte auslöste. Doch anstatt mit dem Finger auf Russland zu zeigen, sollte doch das Verbot des russischen Senders in Deutschland durch die deutsche Medienaufsicht hinterfragt werden. Wussten Sie, dass mittlerweile nur noch etwa drei globale Agenturen auszumachen sind, durch die nahezu die ganze Welt mit Nachrichten gefüttert wird? Kann es sein, dass die Nachrichtensender, die nicht diesen drei globalen Agenturen angehören, einfach ausgeschaltet werden und somit die vermeintlich vielfältige Presse sich als großer Irrtum erweist? Kontrolliert und nicht selten verfasst werden diese weltweiten Nachrichten gemäß Augenzeugenberichten von Udo Ulf Kotte und vielen anderen durch hohe Militärs, Geheimdienste und so weiter. Wer darum die scheinbar vielfältigen Berichterstattungen aufmerksam miteinander vergleicht, muss zu dem Ergebnis kommen. Sie stammen immer und überall aus ein und denselben Grundaussagen. Die ständig hochgejubelte Vielfalt liegt lediglich in den unterschiedlichen Zubereitungsweisen und geschickten Umformulierungen der Journalisten in aller Welt. Die zuvor genannten drei globalen Agenturen aber sind folgende. Erstens die amerikanische Associated Press, AP, mit weltweit über 4000 Mitarbeitern. Die AP gehört US-Medienunternehmen und hat ihre Hauptredaktion in New York. AP-Nachrichten werden von rund 12.000 Medien genutzt und erreichen dadurch täglich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Zweitens die quasi staatliche französische Agence France-Presse, AFP, mit Sitz in Paris und ebenfalls rund 4000 Mitarbeitern. Die AFP versendet pro Tag über 3000 Meldungen und 2500 Fotos an Medien in aller Welt. Drittens die britische Reuters in London, die privatwirtschaftlich organisiert ist und etwas über 3000 Mitarbeiter beschäftigt. Nun wird sich der Durchschnitt Schweizer oder Deutsche sagen, das hat ja mit unserer Presse nichts zu tun. Diese Agenturen haben ja ihren Sitz in Amerika, Frankreich und Großbritannien. Wir haben doch eine vielfältige Presse durch unsere Pressefreiheit. Doch genau darin liegt der größte Irrtum. Wer die Medienberichterstattungen aufmerksam miteinander vergleicht, wird feststellen, dass nahezu sämtliche Medien, auch in der Schweiz und Europa, ein und dieselben Berichte abändern und veredeln, die von genau diesen drei zuvor genannten Agenturen ausgehen. Ich glaube, das war echt ein paar Uhr Morgen für dieses Sieg. Wir machen uns durch ihr Baby- die rememberingen es wird übergang. Begeber switches die zu zeigen und sehe richtig zu sein.